Sie möchten ein Fotomotiv auf ein Textil drucken? Dann ist der Digital Direktdruck perfekt dafür geeignet. Anders als im Siebdruck werden hierbei die Prozessfarben des CMYK benutzt. Sollten Sie Probleme mit der Erstellung Ihrer Druckdaten haben, laden Sie Ihr Motiv doch einfach in unserem T-Shirt-Designer hoch. Er besticht durch seine einfache Datenhandhabung. Ihre Druckdatei wird einfach an die Digital-Druckmaschine geschickt. Unser Mitarbeiter spannt das Textil Ihrer Wahl auf die dafür vorgesehenen Platten. Und schon kommt Farbe ins Spiel. Nach kurzer Zeit kommt das Shirt voll veredelt aus der Maschine. Ab durch den Trockner. Fertig. Perfektion in jeder Faser Ihres Shirts.